Es war nicht immer so, früher konnte er lächeln, früher schien die Sonne, er versuchte nicht an seine Fehler zu denken. Er kann sich an das erste Mal erinnern, als er currywurst probiert hat. Er war nur zwölf Jahre alt. Er wusste nicht, wie viele wurste er schon gegessen hatte. 500? 1000? 2000? Das war sein Leben. Er ging nicht mehr in die Schule. Er hatte keine Freunde mehr. Das war sein ganzes Leben. Das war sein Leben. Das war sein Leben. Das war sein Leben. Er hat mich gefragt. Du musst Geduld haben, lieber Fransson. Was? Wie wissen Sie, wie ich heiße? Ich weiß, was ich wissen muss. Wer bist du? Ich bin der Wind. Ich bin die Sonne. Ich bin alles. Ich bin nichts. Dein Leben ist deine Verantwortung. Siehst du es nicht? Das Leben läuft an dir vorbei. Ich... Von nichts kommt nichts. Du musst dein Leben führen. Es ist unmöglich. Ich habe es versucht. Aber es ist zu schwierig. Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. Aber ich bin nicht stark genug. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Ich brauche Hilfe. Ich kann es nicht allein. Du bist nicht allein. Deine Familie wird dir helfen. Und deine Freunde auch. Aber es beginnt alles bei dir. Alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Für meinen Schwager hier auch noch eine Currywurst.